Liebe ist für mich... All you need is love. Man sagt das nicht umsonst, denn alles was man braucht ist wirklich Liebe. Liebe ist total wichtig und für mich ist Liebe wie Luft zum Atmen. Liebe ist für mich die Leidenschaft für meinen Fußballverein, den 1. FC Köln. Wenn man den anderen so akzeptiert wie er ist und ich meine halt nur, also nicht nur mit seinen schönen Seiten, sondern auch den nicht so schönen Seiten oder einfach mit allem drum und dran. Liebe ist für mich absolut bedingungslos, das heißt ich kann mich nicht dafür entscheiden. Es passiert einfach und sie ist hoffentlich auch immer wieder überraschend. Liebe bedeutet für mich über die vielen Unperfektionen und Macken, die wir Menschen normal besitzen hinwegschauen zu können und sich wohl und angekommen zu fühlen. Also, ich finde meine Frau immer noch super, nach 20 Jahren. Wenn du denkst, Sex ist das Größte, dann küss mal mit Liebe.